NEIN! HA! NEIN! Jussi! Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Master von Teppichboden verlegen und bei mir werden Teppichboden verlegt. Nicht die höchste Qualität. Und bei mir gibt es die höchste Qualität von Teppichboden natürlich. Wenn ihr mal Teppichboden braucht, dann kauft es unbedingt bei mir, weil Teppichboden heißt... Das ist jetzt die hässliche Leiche. Meine Teppichboden-Seite heißt www.teppichboden-master.de Die ist wahrscheinlich wie ich seh das. Ja, Mann. Danke voll scheiße. Nein, nein Spaß. Herzlich willkommen und herzlich... Äh, wenn man Deutsch schwarze Wund... Versprechen vorderen schon in der ersten Aufnahme. Toll, ne? Ja. Also, wie gesagt, herzlich willkommen zu Let's Play The Forest. Hier mit Media am Start. Feuer! Und mit dem Asti, der hat ein Sasserheimsfall, ja, Feuer abgeklammert am Arsch. Äh... Ich muss auch mal meinen Wecker noch funktionieren. Nein, wir müssen nicht mehr machen. Das ist gerade all of time. Ha! Ich muss auch mal einen Wecker noch schaffen. So. Okay, läuft. Hab ich schon. So. Äh, wir haben eigentlich schon vorher schon aufgenommen, aber da ist, äh, Marvel's The Forest abgeschmiert. Ja. Huh? Äh, siehst du mal... Ja, im Abschluss hab ich keinen Bock mehr. Hä? Was denn? Was ist denn jetzt von Silly? Äh, ich kann den Baum nicht hacken. Ja, den Baum kannst du nicht abhacken. Aua! Das war ein Stein, oder? Ja. Den Baum hier kannst du nicht abholzen. Du kannst nur die abholzen, die... Achtung! 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 U昇wohner, U昇wohner! Ha! Ich kenn ich ein... ahm... Ich wasserschloch! Hih! Ich kann die ja schon wie shut然後. Ich milliell nicht... Ich kann die ja schon... Ich kann die ja schon... Oh! Oh! Ah! Da unten gammelt er. Hinter der ist einer. Immer! Immer! Es kommt! рузuila... Hammer! Fami! красifendi... Oh Meini sini! Kann die auch klittern!? Nr. Ey, ihr könnt'n klettern! Was?! Ah! Geh' weg! Geh' weg! Geh' weg! Ich hab' denen jetzt gerade eine auf die Fresse gehauen. Da unten gammelt einer. Schlecht's gut an. Alter, nicht, dass ich hier gerade runterfalle. Seh' die ist schwarz. Hä? Feuer! Haha! Seh' die ist schwarz! Feuer! Naja. Alter, wir müssen unbedingt aufpassen auf die weiblichen Kalibalen. Jo. Willkommen nach dem Metro wieder Zeug. Seit wann haben die Taschenlampen? Ja, weil die die sammeln immer so Sachen. Nein! Haha! Nein! Tschüssi! Kalibalen! Gebäude! Eingehen! Die scheiß Tüler! Angst! Hallo? Kalibalen! Hier haben wir den Stein! Ah! Ah! Die springen! Ah! Tür zu halten! Will ich's auch gucken kann? Nee. Ja, ist gut. Die sind gerade alle oben bei eurem Baumhaus. Alter, die können auf unsere Paradikale drauf springen! Angst! Du machst nicht aus! Alter, verpisst euch doch mal! Mach's aus! Ey, der eine, der eine Kalibalen klettert, klettert auf eurem Baumhaus drauf! Der ist auf dem Baumhaus drauf! Amt! Echt? Ich glaub, die sind gerade abgehauen! Nee, die sind jungen! Uuuuuh! Was, die machen wir unten? Die hauen mich tot! Verpisst euch! Ich! Anführer! Ihr! Luschen! Verpisst euch! Ich! Anführer! Ihr! Luschen! Weil hier aktivieren wir unsere Warnung! Da! Warnungsangezündet! Verpisst euch! Alter! Wow! Verpisst ich! Naki-Dai! Ah! Fisch dich! Wie, ich schau dir den Zahn raus, ey! Wichser! So, er ist erst mal runtergefallen! Du, äh! Du, Seli, wie wär's, wenn wir hier oben... Die hauen ab! Die hauen ab! Die hauen ab! Seli, wie wär's, wenn wir hier oben mal bis den Kaffee kuchen essen und trinken... Äh... Leute, ihr könnt runterkommen diesen abkauen! Kaffee trinkst nicht Kuchen, ist ekelhaft, außer Käsekuchen! Ja, okay, das ist geil! Für Käsekuchen! Und Eierkuchen! Wär schon geil! Erstmal, erstmal ne Pille schlucken! Und Eierküller! Dein Mensch, ich möchte es sagen! Weil ich will die Keule von Ihnen haben! Laa! Los, stirb! Ich will deine Keule haben! Sollt ihr die Keule fallen lassen? Ich will auch so Eierküller haben und krieg's nicht! Das kennt bestimmt jeder! Was hier? Das kennt bestimmt jeder! Oh ja! Nein, der hat sie nicht fallen lassen! Mann! Okay, ähm, hier sind keine mehr! Gut, die sind alle weg! Wirklich? Ja! Maren, geh runter! Du bist Opfer! Ich trag erstmal die Leichen weg! Nicht, dass er noch so ein... Nicht, dass noch ein Kalibade kommt! Geh runter! Verschubst dich dich! Okay! Safe! Nur windig! Schwör! Nur windig! Es ist nur leicht windig! Aber... Ach ja, äh, was sie auch noch in der Fall ist eingefügt haben, ist, äh, Durst! Ich mach voll gay, Alter! Yeah, Party! Juhu! Und dahin kommt schon die nächsten Einwohner! Ich verpiss dich wieder! Nein, Quatsch! Wo? Wo? Da kommt keine! Ich baue jetzt erstmal unseren... Sehni, schau mal! Schwischen, du! Ja! Siehst du's nicht? Boah, diese... Marty! So! Wo? Hier! Fick dich! Hey! Ach so! Was ist das? Das ist ein Ureinwohner! Eeeeee! Der will mich schlagen, der Wichser! Sehni, mob ihn mal! Schreibt ihn mal von hinten! Oh! Ups! 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 Mach lieber mal ein Feuer aus! Dann mob ich ihn mal! Okay! Ah, das war total uncool, wo ich runtergefallen bin! Wir haben einen Stein gefunden! Bist du tot? Bist du tot? Bist du tot? Ey, du bist nicht tot! Hau auf zu lügen! Hat niemand keinen Stein auf dich geworfen! Jetzt... Das war echt tot! Alter! Jetzt... jetzt... Na ja... dud da 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 welchen Film kommt das Prozent nicht würden korrekt um ja also war aber wir haben noch wie viele Minuten haben ja ich noch wir haben vier Minuten Prozent wenn man ja ab dem neuen was war Arthel und an was ich weiß ich will in den Wunden Zeitgeschäft hast da vierzehn vierzehn Minuten fünfzehn Minuten da hinten ist eine missgebotene noch so der frisst was oder ja das sind die das sind die Kalibalen es gibt Unterschiede zwischen den beiden es gibt einer die um die Ureinwohner und die Kalibalen Hechtel-Komo Alter und zwar die Kalibalen essen sich gegenseitig ja die Ureinwohner haben halt diese Rüstung an um wenn eine ich fällt schon mal Bäume ja ich auch wenn sie die Sprüche werden ein Kalibalen von den stört es in die gehen lecker ja uralte Regel gefressen oder gefressen werden hallo Kalibale da bleibst du hier ich will ich hoffe alter mit der Axt ist weg was ist der da da kommt welche da kommt welche Schnauze da bleibst du hier hallo stirb alles eh pass auf du es ist fran-ti-fire Alter es sind noch mehrere da ist doch einer Alter ich sag doch noch dass das da noch mehrere sind ich hab den Zahn ausgeschlagen ich könnte ich den Master Lusche 3 mehr auch ich bin der Dächtigungsmuster gegen keine Bahrein die verfolgen mich weil ich die Leiche habe da die Leiche hat sie auch meine Feuerwehrarzt gesehen? echt jetzt? ich will den Kopf 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 so ähm ja wir sind hier oben rum nackt ach ne ekelhaft ja deswegen hab ich auch gesagt wir müssen echt aufpassen so Seelich also Leute ich würd sagen ich und Seelich gehen erstmal Hals hacken um für das Bau für das Bauhaus für das Bauhaus oben und ja ne 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 zu drücken. Ja, ich bin auch. Äh, mein... Ja, ist gut. Mein Weckart gerade klingelt, die Zeit ist vorbei. Gut, und dann würde ich sagen, haut rein, bis zu dieser und ciao. Ja, auf Hausmeiner sehe ich. Wir sehen uns in der nächsten Folge von The Forest. Bis dann, tschüss.